Tam ist das Bija-Mantra des Mondes. Tam ist das Bija-Mantra des Nektars. Tam ist Bija-Mantra. Bija ist ein einsilbiges Mantra. Man kann auch sagen, eine Keim-Silbe, Bija-Kshara, oder auch ein Samen-Mantra. Bija heißt ja, Same heißt auch Keim. Bija ist das kürzeste Mantra. Und Tam ist das Bija-Mantra des Mond-Chakras. Die verschiedenen Chakras haben verschiedene Bija-Mantras. Und es gibt auch das sogenannte Mond-Chakra, Chandra-Chakra. Und dieses befindet sich oberhalb der rechten Augenbraue. Weshalb meistens Bilder von Shiva über der Stirn einen Halbmond haben, die Mondsichel. Und dieses Chandra-Chakra kann aktiviert werden durch die Wiederholung des Bija-Mantras Tam. Tam wirkt beruhigend. Tam wirkt harmonisierend. Tam hilft, dass du dich öffnest für göttliche Gnade und Segen. Bei Yoga Vidya ist die Praxis von Bija-Mantras eine fortgeschrittene Praxis. Deshalb werde ich da jetzt nicht zu viel in diesem öffentlichen Vortrag sagen. Es reicht aus, wenn du weißt, Tam ist das Bija-Mantra des Mondes. Und es wird tatsächlich mit TH geschrieben, auch wenn man es manchmal nur Tam ohne H findet. Also Tam, die ist Bija-Mantra der Mondenergie. Um die Mondenergie zu aktivieren, kannst du Tam wiederholen. Und das ist das Bija-Mantra der Mondenergie.